Selbstorganisation heißt, dass das Leben nichts ist, was man machen kann. Was man nach seinen Vorstellungen zurechtbiegen und nach seinen Vorstellungen sich untertan machen kann. So wie das noch in den vorangegangenen Generationen immer versucht worden ist. Und wir erleben jetzt diesen großartigen Wendepunkt, an dem wir feststellen, es geht nicht. Wir können das Leben nicht beherrschen. Wir können noch nicht mal ein Virus besiegen. Wir können nur eines uns in diesen lebendigen Fluss einbetten und sehen, dass wir dort einen guten Platz finden, damit wir sozusagen in dieser Welt gehalten sind und uns nicht gegenseitig umbringen. Das ist der Weg, wo wir hinwollen und wo wir auch hin müssen, weil sonst haben wir diesen Planeten in Kürze ruiniert. Das Erste, was sich zeigt, ist, dass etwas zu Ende geht, was jetzt seit 10.000 Jahren sich bewährt hat und nicht mehr funktioniert. Und das sind hierarchische Ordnungsstrukturen in der Gesellschaft. Und das Ergebnis war dann auch, dass immer diejenigen nach oben gestiegen sind in diesen hierarchischen Ordnungsstufen, die irgendwas erfunden haben, irgendwas entdeckt haben, was Neues in die Welt gebracht haben, was die anderen gebrauchen konnten. Und wenn man das jetzt 10.000 Jahre überall auf der Welt, und das Modell war ja in allen Lebensbereichen überall erfolgreich, als Ordnungsprinzip für menschliche Gesellschaften, diese hierarchischen Ordnungen über 20.000 oder 10.000 Jahre hinweg geführt, wo immer wieder was Neues produziert wird, dann wird die Welt zwangsläufig immer bunter, immer vielfältiger. Es gibt immer mehr. Am Ende hat man eine globalisierte, digitalisierte Welt, wo alles mit allem in Wechselbeziehungen steckt und wo eines definitiv nicht mehr geht. Und das haben wir jetzt eben seit diesem Jahrhundert vor uns. Und das heißt, die alten hierarchischen Ordnungsprinzipien funktionieren nicht mehr. Wir können unsere Gesellschaft nicht mehr mit Ideologien ordnen, nicht mehr mit Herrschaftsstrukturen. Selbst wenn es da ab und zu noch mal einen gibt, wir haben Trump oder irgend so einer, der meint, er könnte es, der scheitert kläglich, das ist vorbei. Und das führt in der Gesellschaft zu großen Wirrnissen, also zu Unsicherheit durcheinander. Hier und da gibt es die Bemühungen, das Alte wiederherzustellen. Das sind dann so totalitäre Systeme, wo noch mal auf die eine oder andere Weise versucht wird, Ordnung zu schaffen, indem es von oben nach unten angeordnet wird. Und ansonsten ist Ende. Und es gibt jetzt nur eine Lösung, weil es muss ja schon irgendeine Ordnung in der Gesellschaft herrschen. Und da wird dieses sich selbst organisierende, lebendige Prinzip dafür sorgen, dass da so ein Weg gefunden wird. Und in vielen Punkten sehen wir ihn ja schon. Wenn nämlich das äußere ordnungsbietende System die Hierarchie zusammenbricht und nicht mehr funktioniert, auch in Unternehmen nicht mehr funktioniert, dann muss das ersetzt werden durch ein anderes ordnungsstiftendes Prinzip. Nämlich dann braucht man nicht den äußeren Kompass, der einem sagt, wo es lang geht, in Form des Vorgesetzten, sondern muss man einen inneren Kompass haben, der einem sagt, wo es lang geht. Und das ist sozusagen das eigene Wertesystem. Also man müsste in sich selbst etwas herausbilden, was einem hilft, sein eigenes Leben und das Zusammenleben mit anderen, auch das Zusammenleben mit anderen Lebewesen so zu gestalten, dass es für alle gut ist. So. Das ist ganz einfach. Und das ist eine nicht nur seelisch und psychisch gesündere Welt und gesund machende Welt, sondern das ist auch eine körperlich gesund machende Welt. Da wird es dann wahrscheinlich deutlich weniger Aufwand brauchen, den wir medizinisch betreiben, um diese ganzen Schäden zu reparieren, die da im Augenblick noch alle verursacht werden. So. Bis dorthin ist noch ein gewisser Weg. Und wenn ich manchmal darauf hinweise, dass es im Augenblick noch nicht so weit ist und dass wir noch in vielen Problemen gefangen sind, dann dient das nicht der Entmutigung, sondern dann dient das diesem einen Zweck, dass ich fest davon überzeugt bin, dass man nur dann etwas ändern kann in seinem Leben, wenn man verstanden hat, was es bedeutet und wie es sich herausbilden konnte. Dann kann ich was tun, wenn ich gar nicht weiß, was mit mir los ist. Und wenn ich nicht weiß, wie das alles zusammenhängt, dann bin ich einfach verloren in dieser Welt. Ich brauche eine Vorstellung davon, wie das Unglück entstanden ist, in dem ich gefangen bin. Und wenn ich dann weiß, wie das dazu gekommen ist, dann kann ich es auch ändern. Ich habe keine Chance, irgendetwas zu verändern, solange ich da drinstecke und nicht verstanden habe, wie ich da reingekommen bin und wo ich mir möglicherweise noch nicht mal klar darüber geworden bin, dass ich Teil dieses ganzen Geschehens bin und es damit auch selbst immer wieder weiter mit unterhalte. Das Schlimme ist ja, dass die Lösungen immer ganz einfach sind. Also es ist relativ banal, wenn es uns gelänge, unsere Beziehungen zu anderen Menschen so zu gestalten, dass wir keine andere Person mehr zum Objekt machen. Wenn ich also alles, was ich in der Beziehung zu anderen Menschen tue, daran ausrichte, dass ich diese andere Person nicht zum Objekt meiner Vorstellungen, Absichten, Ziele, Belehrungen, Bewertungen, Maßnahmen, Anordnungen mache, dann würde sich diese andere Person als in ihrer ganzen Subjekthaftigkeit gesehen fühlen. Sie könnte sich mit mir verbunden fühlen und sie hätte das Gefühl, dass sie wertvoll ist, dass sie etwas besitzt, was man Würde nennt. Und dann würde diese Person aus dieser Kraft heraus auch in der Lage sein, andere Personen nicht zum Objekt machen zu müssen. Und in dem Augenblick, wo eine Kultur entsteht, wo Menschen einander nicht mehr in Beziehungen versuchen, sich gegenseitig übers Ohr zu hauen oder über den Tisch zu ziehen oder vor ihren Karren zu spannen, sondern wo Menschen sich darauf einlassen können, einander als Subjekte zu begegnen, beginnt die andere Welt. Da beginnt die Welt der Gesundung, da beginnt die Welt der Entfaltung. Da werden diese Menschen sich auch automatisch aus all diesen Verwicklungen befreien können, in die sie bisher hineingeraten sind. Es ist eben auch noch eine schöne Möglichkeit, dass man sagt, okay, es geht eigentlich ganz banal um einen liebevollen Umgang mit mir selbst. Damit würde ich mich auch wieder zum Subjekt machen. Bisher bin ich im Hamsterrad und reagiere nur auf das, was alle anderen wollen, bin deren Objekt, die formen mich, die sagen mir, was ich zu machen habe. Ich habe das auch noch internalisiert, mache mich selbst noch zum Objekt meiner Bemühungen und wenn ich dann anfange, liebevoll mit mir selbst umzugehen, steige ich da aus. Besinne mich wieder auf das, was für mich wesentlich ist. Finde wieder zurück zu meinen lebendigen Bedürfnissen, entwickle wieder ein Körperempfinden und eine hinreichende Sensibilität für meine Signale, die aus dem eigenen Körper kommen und damit wäre es dann getan. Also schwierig ist eigentlich nicht die Frage, was man tun müsste und wie es sein sollte. Schwierig ist die Frage, wie man dahin kommt. Und die Lösung würde heißen, wir könnten uns in das Leben verlieben und froh sein, dass es so unkontrollierbar ist. Wie langweilig wäre ein Leben, wo wir alles im Griff hätten, wo wir alles managen würden, wo alles, was in fünf Jahren oder in zehn Jahren passiert, heute von uns schon festgelegt wird. Das ist sogar kein Leben mehr. Das ist ja nur noch das Abspulen eines von uns vorgefertigten Fadens. Und deshalb, ich bin für Lebendigkeit. Ich bin sehr dafür, dass Menschen ihre ganze Lebendigkeit wiederentdecken und bin auch fest davon überzeugt, dass das einzige richtige Gegenmittel gegen diesen Kontrollwahn, dem wir jetzt langsam zu erliegen scheinen und wo die digitalen Geräte uns nochmal in eine ganz neue Dimension der möglichen Kontrolle schicken, dass das Einzige, was da wirklich hilft, diese Rückbesinnung auf das ist, was uns eigentlich zum Menschen gemacht hat. Und das waren nicht die digitalen Geräte und das war auch nicht der Kontrollwahn, sondern das war die Fähigkeit, in eine liebevolle Beziehung zu uns selbst und mit anderen Menschen zu kommen.